Die Cognitive Load Theorie Die Cognitive Load Theorie beschäftigt sich mit der kognitiven Belastung beim Lernen und damit auch beim multimedialen Lernen. In diesem Video vergleichen wir drei wichtige Artikel zu diesem Thema. Zum einen Cognitive Architecture and Instructional Design von Zweller und anderen aus dem Jahr 1998. Element Interactivity and Intrinsic Extraneous and Germain Cognitive Load von Zweller 2010. Und zum dritten Cognitive Load Theory How Many Types of Load Does It Really Need? von Carl Juga aus dem Jahr 2011. Vorausschicken möchten wir, dass die Theorie die Lernprozesse vereinfacht beschreibt, was sie natürlich angreifbar macht und unter anderem deshalb werden auch einzelne Aspekte nach wie vor diskutiert. Uns gefällt dennoch der konstruktive Ansatz der Theorie und die konkreten Hilfestellungen zur Gestaltung von Lernmaterial, die sie liefert. In den drei Artikeln gehen alle Autoren von der Existenz eines Ultrakurzzeitgedächtnisses, auch sensorischer Speicher genannt, eines Arbeitsgedächtnisses, auch Kurzzeitgedächtnis und eines Langzeitgedächtnisses aus, was dem Dreispeichergedächtnismodell von Atkinson und Schiffrin aus dem Jahr 1968 entspricht. Dabei wird das Speichervermögen des Langzeitgedächtnisses als sehr groß erachtet, sogar unendlich groß, um genau zu sein. Lernen wird definiert als Veränderung im Langzeitgedächtnis, das heißt, alle hier gespeicherten Informationen und deren Vernetzung sind erlernt worden. Die Informationen im Arbeitsgedächtnis können entweder aus dem Ultrakurzzeitgedächtnis, letztlich also aus den Sinneswahrnehmungen stammen, oder aus dem Langzeitgedächtnis, wenn sie vorher erlernt wurden. Im Gegensatz zum Langzeitgedächtnis liegen die Informationen im Arbeitsgedächtnis bewusst vor, allerdings ist die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses sehr beschränkt. Diese beschränkte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses nimmt die Cognitive-Flow-Theorie ins Visier. Häufig wird hier der Vergleich eines Flaschenhalses herangezogen. Es können eben nicht beliebig viele bewusste Informationen verarbeitet werden. Es wird von 7 plus minus 2 in neueren Theorien von maximal 4 bis 5 Elementen gesprochen, die gleichzeitig verarbeitet werden können. Außerdem gehen innerhalb von ca. 5 bis 7 Sekunden alle Informationen wieder verloren, wenn sie nicht bearbeitet werden. Die Ansätze der Autoren beschäftigen sich nicht mit der seriellen Verarbeitung von einzelnen Informationen bzw. einzelnen Elementen, wie es z.B. beim Auswendiglernen der Fall ist, sondern mit dem Verständnislernen, also dem Aufbau und der Automatisierung von Schemata, in denen die einzelnen Elemente bzw. Informationen miteinander in Beziehung stehen und die dadurch wesentlich komplexer sein können. Werden Schemata erlernt und automatisiert, können sie als einzelnes Element fungieren und sorgen dadurch für deutlich mehr Kapazität im Arbeitsgedächtnis. Bis hierher sind sich die Autoren in ihren Grundannahmen einig. Unterschiede gibt es allerdings in der Betrachtungsweise der kognitiven Belastungsarten. 1998 beschreiben Zweller und andere drei mögliche Belastungsarten des Arbeitsgedächtnisses, die zusammenaddiert die Kapazität des Speichers füllen. Da ist zum einen der Intrinsic Load, d.h. die Belastung, die dem Lerninhalt innewohnt, also dessen Komplexität, und die damit unveränderbar ist. Die Komplexität wird daran gemessen, wie viele Elemente des Inhalts zusammenhängen und deshalb, wie bereits angesprochen, verknüpft und gleichzeitig verarbeitet werden müssen. Zweller spricht hier von Elementeninteraktivität. Dann ist da noch der Extrenuous Load, wörtlich die überflüssige Belastung. Das sind die Belastungen, die eigentlich nichts mit dem Inhalt zu tun haben, sondern mit dessen Repräsentation zusammenhängen. Konkret also mit der Gestaltung von Lernmaterialien und Lernumgebungen. Der Rest des Arbeitsgedächtnisses bleibt für den von Zweller sogenannten Germain Load zur Verfügung. Diese Belastung definiert er als lernförderlich, da hier die Verknüpfung der Elemente bzw. die Konstruktion von Schemata stattfinden und damit die eigentlichen Lernprozesse in Gang gesetzt werden. Wir erinnern uns, Lernen bewirkt Veränderungen im Langzeitgedächtnis. Konkret ist hier das Abspeichern der verknüpften Informationen gemeint, die im Idealfall als automatisierte Schemata wieder aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden können und damit das Arbeitsgedächtnis entlasten. Es ist nämlich so, je mehr passende Schemata dem Lerner zur Verfügung stehen, umso größer ist sein Vorwissen und umso kleiner der Intrinsic Load. Ziel jeder guten Instruktion muss es also sein, den Extraneous Load möglichst gering zu halten, damit das Arbeitsgedächtnis über genügend freie Ressourcen verfügt, um den Germain Load und damit das Lernen maximieren zu können. Während Zweller und Kollegen in ihrem Artikel von 1998 noch von drei Belastungsarten ausgehen, die sich zum gesamten Cognitive Load addieren, unterscheidet Zweller 2010 nur noch zwischen zwei Belastungsarten, dem Intrinsic Load und dem Extraneous Load. Es sieht es als erwiesen an, dass zwischen der Aufgabenimmanenten Belastung und der Gesamt-Arbeitsgedächtnisbelastung unterschieden werden muss. Die Elementeninteraktivität, also die Komplexität einer Aufgabe bzw. des Lernstoffs, 1998 noch Teil des Intrinsic Load und nicht änderbar, kann nach seiner aktuellen Auffassung auch Teil des Extraneous Load sein, falls sie Teil der Lehrfunktion ist. Man kann das auch andersrum formulieren. Sobald die Elementeninteraktivität weggelassen werden kann, ohne damit den eigentlichen Lerninhalt zu verändern, zählt sie zum Extraneous Load. Als Beispiel führt Zweller die Verwendung einer Fachsprache an, die dem Verstehen eines Konzepts hinderlich sein kann, es sei denn, es ginge genau um das Erlernen dieser Fachsprache, dann wäre ihre Verwendung dem Intrinsic Load zuzurechnen. Indirekt könnte die Elementeninteraktivität auch Teil des Germain Load werden, wenn der Lerner aktiv versucht, die Komplexität des Lernstoffs zu verstehen, also die Elemente zu verknüpfen. Durch eine Reduzierung der Interaktivität von Elementen kann also auch eine Reduzierung der gesamten kognitiven Belastung erreicht werden. Darüber hinaus kann die Gesamtbelastung wie bisher durch eine Verringerung des Extraneous Load nochmals verringert werden. Durch diese Optimierung bleiben im Arbeitsgedächtnis des Lerners mehr Ressourcen, die er dann für den Germain Load nutzen kann. Soweit Sweller 2010. Kalyuga bestätigt zunächst Swellers Annahme von zwei Belastungen, hebt jedoch hervor, dass der Intrinsic Load nicht durch die Aufgaben oder Materialien verursacht wird, sondern durch die Lernziele. Er stellt darüber hinaus in Frage, dass jeder Lerner ein gleichdimensioniertes Arbeitsgedächtnis hat. Außerdem stellt Kalyuga fest, dass nicht jeder Lerner, wie von Sveller vereinfacht angenommen, mit der gleichen Motivation und dem gleichen Engagement ans Lernen geht. So könnte ein Teil der Ressourcen bereits durch andere Aktivitäten belegt sein und gar nicht für eine kognitive Belastung und damit einen möglichen Germain Load zur Verfügung stehen. Das Engagement des Lerners gilt es für Kalyuga zu erhöhen, um möglichst viele Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses dem Cognitive Load zu widmen. Die dafür notwendigen Techniken liegen jedoch außerhalb der Cognitive Load Theory. Er empfiehlt zweitens eine Analyse des Lernmaterials und der Elementeninteraktivität, um dies optimal an das Vorwissen der Lerner im Langzeitgedächtnis anzupassen. Und drittens müsse der Extraneous Load durch konsequente Anwendung der sogenannten Effekte reduziert werden, damit sich freiwertende Kapazitäten im Arbeitsgedächtnis dem Intrinsic Load widmen können. Vielen Dank! Vielen Dank.